So, dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg zur Brücke machen. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Das ist ein AA-System. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Käpt'ns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz? Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Käpt'ns. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond, out. Okay, okay, cool, 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 cool. Ähm, ja, das machen wir mal. Also ganz cool scheiße haben wir nicht, oder? Der ohne Mario ist, aber das, äh, der wird es euch wusste haben. Oder? Ah. Who the fuck? Hauptatrium. Hallo, Sir. Bitte. Na, toll. Isaac, Einschlag auf der Brücke. Genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden. Die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. So. Mann, 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 Mann. Das sieht auch wirklich krass aus. Die Brücke ist schon... Äh, scheiße, okay. Gut. Anzug Level 3. Uh, das ist aber nice. Das ist aber nice. So, okay, kommt's. Das ist die Captions. Hey. Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schützer. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie, ich weiß, was Cancron mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos, da ist das Asteroiden-Abwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens drei Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brückensecurity. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Mhm. Okay. Okay. Ach, übrigens Isaac. Seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Na geil. Ja, die ist super. Schön. Schön, schön, schön. Schön, schön. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. In den Rücken schießen. Na bitte. Quarantäne aufgehoben. Alter. Na, das ist ja super. Der Weg ist ein schönes Beif. 5000 Dinger. Gönnig der Mann. Ah, Nicole, 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 Nicole. Nicolechen, Nicolechen. Ich glaube nicht, dass das etwas wird. Auf zur Steuerung. Und wieder zu. Ich weiß jetzt noch mal so ein Wixerpunkt. Das ist Meuterei. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein Sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Mathiles für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte. Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter. Ketzer. Haltet seinen Kopf. Mörder. Haltet ihn fest. Wieso? Oh. Er ist tot. Wir haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Ja, aber wieso? Nimm den Doktor fest. Finde ich ja super. It's a long way down. A long way down. Ich finde sie da echt nicht geil, dass ich hier so viel liegen lassen muss, wa? Äh, ja. Ne. Ich denke. Freunde. So? Ja, nicht. Ich könnte doch erst mal wieder zurück und ein bisschen was abgeben, aber... Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Hä? Los, komm, 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 komm. Gut, 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 gut. Nein, nicht noch. Nicht noch frei. Oh, disgusting. Ekelhaft. Der hat es euch geschafft. Das ist voll. Nein. Wie bitte? Oh, Gott. Oh. So ja nicht, Freunde. So ja nicht. Alter. Damage, verdammage, verdammage. So ja nicht. Gut! So, weiter. So, dann wieder zurück. Nimm dich! Ach, Mann. Komm, benutzen. Einfach. Oh, Mann, gleich weg. So, es tut mir wirklich leid irgendwie, dass ich jetzt so ein bisschen wenig rede bei diesem Spiel. Aber du bist wirklich so krass drin und du bist so fokussiert darauf, irgendwie irgendwelche Geräusche auszumachen. Und ständig in so einer Erwartungshaltung, dass du denkst, jetzt sofort passiert irgendwas, dass man wirklich dabei echt ruhig ist irgendwie. Und, äh, bitte seht's mir ein bisschen nach. Äh, wenn's halt diesmal vielleicht ein bisschen, von meiner aus, etwas ruhiges Let's Play ist. Passiert ja auch in der Menge Ofenbildschirm. Oh, Jesus! Oh!